Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mit der lieben Sarah vom Kanal Sarah Sensitive eine Art Tauschpaket gemacht, in dem wir uns unsere Sommerfavoriten von DM und Cosmetic4Less zugeschickt haben. Wir haben es insgesamt auf 10 Produkte beschränkt, also 5 von DM und 5 von Cosmetic4Less. Und das sind alles Produkte, die wir in diesem Sommer gerne benutzt haben. Und die haben wir uns gegenseitig zugeschickt. Sarah hat mir das zugeschickt, als sie im China Urlaub war. Aber deswegen konnte sie keine Nachricht oder sonst was dabei schicken. Sie hat das direkt von den Online-Stores an meine Adresse geschickt. Also seht es ihr nach, dass sie mir keine Nachricht oder sowas reinlegen konnte. War ja halt nicht möglich. Sie war in China. Wie hätte sie es machen sollen? Weil ich habe das bei ihr gemacht. Also ich fand es nicht schlimm, also müsst ihr es auch nicht schlimm finden. Ich fange mit den Sachen von DM an. Aber Sarah wird es glaube ich nicht gehen, dass sie das unterteilt, weil, okay, sie weiß ja, was man bei DM kaufen kann und was nicht. Aber ich habe das nicht so sortiert, dass sie wüsste, was jetzt von DM ist und was von Cosmetic4Less war. Aber ich fange mit den Sachen von DM jetzt an. Sie hat mir das Puder von NYX reingelegt, das Hard Day Finishing Powder in Translucent, also transparent. Und ganz ehrlich, das freut mich mega. Der Puder habe ich immer das Problem, wenn ich im DM drin bin oder so online im DM gucke, Puder vergesse ich meistenteils. Und ich habe davon schon so viel Positives gehört und es ist ihr Sommerfavorit. Ich bin gespannt, wie ich es finden werde. Dann hat sie mir von Essence so super süße Nailstickers reingelegt. Ich hoffe, ihr erkennt ein bisschen was. So ein Schmetterlinge, Seefährtchen, Federn, Monstera-Blätter, Muscheln, Flamingos, Papageien, Ananas sehe ich auch. Also super, super schöne kleine Sticker. Aber ich glaube, ich werde sie nicht auf meine Nägel kleben, weil bei Nailstickern, ich finde es immer so schade, man klebt sie sich auf die Nägel und dann irgendwann sind sie halt nach zwei, drei Tagen, eine Woche, keine Ahnung wie lange die dann halten, weg. Ich werde damit auf jeden Fall etwas dekorieren, weil so cute. Vor allem das Seefährtchen hat sie mir angetan. Als drittes Produkt von DM hat sie mir ein NYX Blush reingetan in der Farbe Pastel Chic und Pastel Chic? Pastell? Passt ihr mal wieder voll zu mir. Hat hier vorne so ein süßes Schleifchen. Farbe finde ich auch super, super schön, weil sie ist nicht aufdringlich. Also ich glaube, mit dieser Farbe könnte man schlecht übertreiben, dass man so Pikachu-Bäckchen hätte. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich wirklich mega über diesen Blush gefreut, weil ich liebe Blushes. Als nächstes hat sie mir von Adele Wimpern gekauft. Ich will auch mal überlegen, ob ich ihr Wimpern reinlege, aber hinterher sind es doch andere Sachen geworden, da sind die Wimpern wieder rausgefallen. Und diese Wimpern habe ich bei mir im DM nie gesehen. Wenn, waren sie dann ausverkauft oder sie haben sie nie bekommen, keine Ahnung. Und ich bin wirklich froh, die jetzt ausprobieren zu können, weil ich habe wirklich viel schon davon gehört. Sie sehen auch echt schön aus, wie sie da so sind. Ich bin gespannt, wie sie dann am Auge auch sind. Und nochmal vielen, vielen Dank dafür. Im nächsten Produkt ist der M1 Fehler unterlaufen. Das haben die zweimal reingepackt. Und deswegen hat sie mir diesen Blush nochmal extra geschickt. Ich habe ihr auch geschrieben, es wäre okay, wenn sie es nicht macht, aber sie hat es dann doch gemacht. Danke, 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 dass du das gemacht hast. Sie hättest es wirklich nicht machen brauchen. Aber das Produkt, worum es jetzt eigentlich geht, ist das hier. Das ist von Manhattan. Ein Eyeliner. Und dieser Eyeliner, der hat so, 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 so eine schöne Farbe. Es ist so Rosé, Gold, Schimmernd, Glitzer. Wirklich richtig, richtig schön. Also, ich muss mein Eyeliner-Game wirklich auf the next level bringen, weil Eyeliner ist etwas, das mache ich nicht sonderlich häufig. Diese Farbe, ich will sie unbedingt ausprobieren. Also, der ist wunderschön und ich hoffe, der wird auch zu einem meiner Favoriten, weil ich die Farbe so unglaublich schön finde. Dann kommen wir jetzt zu den Sachen von Cosmetic for Less. Und da hat sie mir von Essence dieses Blotting Paper gekauft. In einer super schönen Sommerverpackung. Ich habe ihr das auch geschickt, aber meins hat so diese herkömmliche Rot-Verpackung. Aber mit diesem Blotting Paper, ich glaube, es kennen sehr, sehr viele von euch. Man kann damit nichts falsch machen, gerade im Sommer. Und jetzt bei diesen super, super, super warmen Temperaturen. Also, danke dafür, weil meins hat meine Mutter gemopst. Dann hat sie mir von Essence eine kleine Palette geschickt. Be My Highlight Eyeshadow Palette. Also, ich glaube, das ist eher eine Highlighter Palette, aber richtig cool. Dieser Spiegel in Diamantform. Und die Highlighter sehen auch echt schön aus. Ich swatch die mal, weil es sind nur vier Farben. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. In diesem Viewfinder sehe ich gerade nicht sonderlich viel. Aber es ist so ein rosastichiger, ein blauer, ein grüner und ein violetter. Und der lilane, ich glaube, du hast mein Cosplay im Dezember gerettet. Weil ich brauche dafür einen lilanen Highlighter, weil es sehr, sehr weiß und lila-lastig sein wird. Also die Palette, ich finde sie jetzt schon wunderschön. Und für den Sommer, diese Farben, gerade im Inner Corner Highlight, ich könnte mir die super vor... Und für den Sommer, ich könnte mir die echt gut im Inner Corner Highlight vorstellen. Wunder, wunderschön. Also danke, die Palette liebe ich jetzt schon. Obwohl ich sie nur geswatcht habe. Also bisher, du hast echt coole Sommerfavoriten. Dann hat sie mir von Makeup Revolution den Concealer geschickt. Ich glaube, den kennen mittlerweile auch so gut wie alle auf YouTube. In der Farbe C1, das ist die hellste. Obwohl mittlerweile haben sie neue Farben rausgebracht. Da gibt es eine 0,5. Ich hatte dir ja geschrieben, dass ich eigentlich nichts doppelt habe. Den hier jetzt zwar schon, aber ganz ehrlich, Concealer, jetzt habe ich ein Backup. Also danke dafür, weil diesen Concealer liebe ich total. Ich trage ihn auch gerade. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich mega über diesen Concealer. Auch wenn ich ihn schon habe. Aber Concealer gehen so schnell leer. Ich war auch erst am überlegen, ob ich dir den hole. Aber als ich bei Cosmetic for Last bestellt habe, war der in C1 ausverkauft. Und da ich weiß, dass du auch etwas hellere Haut hast. Ich hätte jetzt nicht gewusst, ob C2 auch noch passen würde. Und Leute, dieses Packaging. Wow. Die Marke ist L.A. Splash. Ich habe davon, ehrlich gesagt, noch gar nichts gehört. Aber dieses Packaging, das ist wunderwunderschön. Schon allein dafür. Wow. Und das ist ein Liquid Lipstick. Wow. Das Packaging des eigentlichen Produktes ist auch mega. Wow. Der ist wunderwunderschön. Das ist so ein roser Ton. Danke, danke, danke. Ich glaube, den werde ich auch lieben. Weil die Farbe, so wie sie jetzt aussah, sah schon recht gut aus. Und das Packaging von der Verpackung hiervon. Wow. Also wenn der gut ist, dann muss ich mir die L.A. Splash Sachen auf Cosmetic for Last mal genauer ansehen. Und last but not least hat sie mir eine Lidschattenpalette gekauft. Hier oben, man sieht jetzt schon, es ist eine sehr krass bunte Lidschattenpalette. Uff. Es geht nicht auf. Wow. Wow. Hier oben Neongelb, Neongrün, Neonpink. What? Also die Farben richtig heftig. Das ist Neonpink. Lacht mich gerade sowas von an. Ich musste die drei Neonfarben gerade swatchen. Also. Wow. Das Grün ist Hammer. Das Pink ist Gelb. Wow. Also ich weiß ja, dass du auch bunte Farben magst. Wow. Die Farben hier raus. Ich glaube, ich werde irgendwann so einen Neonlook damit schminken. So, danke dafür. Jetzt kann ich mit Neonfarben rumexperimentieren. Weil in welcher Palette findet man schon solche Neonfarben wie hier? Also diese drei Töne, die haben es mir gerade echt angetan. Also wow, wow, wow. Danke für die wunderschönen Sachen. Und ich muss sagen, Sarah, du hast echt sehr, 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 sehr coole Sommerfavoriten. Also ich finde alles, was du mir geschickt hast, super, super schön. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, meine Sommerfavoriten gefallen dir auch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an unseren Sommerfavoriten und findet das ein oder andere vielleicht wieder, was auch euer Sommerfavorit war. Oder ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was denn eure Sommerfavoriten waren, wenn es komplett andere Sachen waren. Den Kanal von Sarah werde ich euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken und auch auf dem i, wenn ich es nicht vergesse. Also schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Sie macht super schöne Videos. Sie ist einfach sie selbst, etwas chaotisch manchmal, aber das macht sie eben aus. Ihre Videos sind schön geschnitten. Ich finde sie lustig und sie ist kreativ. Sie erklärt die Sachen super. Also schaut auf jeden Fall auch bei ihr vorbei. Also man merkt hier richtig an, dass ihr die Videos Spaß macht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.